Boah, wenn das so weitergeht, dann gibt's bald selbst Lebensmittel nur noch im Abo. Mir gefällt einfach nicht, wie sich aktuell vieles entwickelt. Hallo Freunde der Abos und willkommen zu einem weiteren News-Video am Mittwoch. Einem sehr heißen Mittwoch, muss ich sagen. Falls mir also die eine oder andere Schweißperle von der Stirn läuft, keine Sorge, das hat jetzt nichts mit harter Arbeit zu tun. Ja, wie auch? Ich bin ja schließlich YouTuber. Nein, das ist schlichte Hitze. Und dann kommen auch noch einige sehr heiße News dazu. Tja, da muss man sich natürlich nicht wundern, dass es heiß wird in meiner kleinen Bude hier. Denn natürlich gibt es heute auch wieder ofenfrische News für euch. Und die duften schon so gut, dass ich sie euch nicht länger vorenthalten will. Hier die News Nummer 1. Gibt's eigentlich noch Dinge, die man heutzutage nicht abonnieren kann? Ja, eigentlich ist alles mittlerweile im Abo erhältlich. Schön, wenn man aber natürlich die Wahl hat. Aber bei so für mich wichtigen Produkten, wie zum Beispiel Adobe Premiere Pro, ist das Abo einfach nur lästig und massiv überteuert. Aber man hat ja gar keine Wahl. Selbst im Automobilbereich sind schon Abo-Modelle am Start, mit denen physikalisch vorhandene Funktionen erst gegen eine Abogebühr freigeschaltet werden können. Bei BMW war sogar eine Sitzheizung gegen Abo im Gespräch. Naja, einer ordentlichen Protest hat BMW zumindest die Sitzheizung aber wohl wieder eingestampft. Und nun? Tja, nun wird sogar über Hardware im Abo gesprochen. Zumindest bei Logitech. Denn die Logitech-Chefin Hannecke Faber, wie auch immer man das ausspricht, hat sich in einem Podcast von The Verge zu diversen Ideen in dieser Richtung geäußert, die aber wohl keine Ideen sind, sondern schon teils als Prototyp umgesetzt worden sein sollen. Hier geht es um die sogenannte Forever-Maus. An sich erstmal eine gerade aus ökologischer Sicht ziemlich gute Idee. Also eine Maus, die man einmal kauft und quasi ewig nutzen kann. Der Prototyp dieser Maus muss natürlich deutlich langlebiger sein und soll laut Faber auch schwerer und vor allem besser verarbeitet sein. Aber auch Mäuse benötigen natürlich entsprechende Software, die immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Und hier liegt das Abo nämlich begraben. Denn natürlich will sich Logitech das Ganze auch irgendwie finanzieren lassen, ist ja auch logisch. Und zwar ist das Thema Update per Abo dann nämlich im Gespräch. Faber drückte sich hier natürlich positiv aus und meinte, dass man sich so nie mehr Gedanken um ein Update machen muss. Aber, und das muss natürlich klar dazu gesagt werden, das sind wohl zum großen Teil erstmal nur Gedanken, auch wenn ein Prototyp angeblich schon existieren soll. Klar ist laut Faber aber auch, dass so ein Modell nicht für die nahe Zukunft geplant ist und sie sieht auch durchaus ein, dass sowas bei Endkunden wohl erstmal nicht ganz so gut ankommen könnte. Wobei solche Dinge im Profibereich ja mittlerweile tatsächlich schon gang und gäbe sind. Klar ist auch, ökologisch ist sowas natürlich durchaus sinnvoll und wünschenswert, Aber trotzdem kann so ein Hardwareprodukt, das einem Verschleiß unterliegt, auf keinen Fall so langlebig gebaut werden. Und viele User wollen ja auch einfach mal irgendwie was Neues haben und geben das Geld dann glaube ich lieber, dass sie halt fürs Abo ausgeben würden, denn lieber mal für eine neue oder andere Maus aus. Aber auch wenn das natürlich erstmal nur Zukunftsvisionen sind, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass sowas irgendwann kommen wird. Und wie immer haben die Nutzer natürlich selbst das Ruder in der Hand, sowas zu unterstützen. Oder halt nicht. Ich bin auf jeden Fall ein absoluter Gegner solcher Modelle. Wie seht ihr das eigentlich? Macht doch einfach mal bei der heutigen Umfrage mit und schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Nun kommen wir aber erstmal zu trockenen Zahlen. Und wen das nicht interessiert, der darf natürlich immer gerne die Kapitelfunktion meiner Videos nutzen. Das schmälert zwar seit Einführung meiner Watchtime sogar erheblich, aber ich will euch natürlich jetzt auch nicht langweilen. Und jetzt geht es um die Quartalszahlen von AMD. Die AMD nun fürs letzte, also das zweite Quartal 2024, veröffentlicht hat und die im ersten Moment erstmal durchaus gut aussehen. Denn insgesamt steht AMD mit rund 5,8 Milliarden Umsatz im letzten Quartal ganz gut da. Auch wenn ein Höhenflug jetzt nicht gerade zu sehen ist. AMD ist aber positiv getrimmt und nennt sogar 6,7 Milliarden US-Dollar für das nächste Quartal, was ich vielleicht so ein bisschen zu optimistisch finde. Aber für alle, die auch AMD als Abzugunternehmen sehen, die Gewinne bei AMD sind für so ein Unternehmen verschwindend gering ausgefallen. Die Fahne hoch hält bei AMD ganz klar das Data-Center-Segment mit AMD's Epic, Instinct-Grafikkarten und so weiter. Denn AMD's Kuchenstück wird auch hier immer größer. 2,8 Milliarden allein in diesem Bereich lässt schon erahnen, dass auch bei AMD die Gaming-Sparte immer uninteressanter wird. Auch wenn man besonders im Instinct-Bereich weit, weit entfernt von Envidas Umsätzen ist. Aber es wird mehr und AMD ist optimistisch und will nur mit Instinct dann 4,5 Milliarden US-Dollar dieses Jahr machen. Envida rechnet hier übrigens mittlerweile gar mit dreistelligen Milliardenbeträgen. Das ist natürlich eine ganz andere Liga und totaler Irrsinn. Und auch das Ryzen-Geschäft im Client-Bereich ist durchaus positiv und ist um stattliche 49 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, auf jetzt 1,5 Milliarden US-Dollar im Quartal. Und hier ist sogar mal ein kleiner Gewinn mit 89 Millionen US-Dollar zu verbuchen, also von wegen Abzockunternehmen. Schlecht sieht es aber ganz klar im Gaming-Sektor aus, da bei AMD immer weiter abstürzt. Grund sind hier übrigens jetzt gar nicht unbedingt die Grafikkarten, sondern die Konsolen-Chips, die immer weniger werden. Von ehemals 2 Milliarden US-Dollar ist das Geschäft auf nur noch 648 Millionen geschrumpft. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern, auch laut AMD. Und natürlich kann die RAIDAN EX 8000 Grafikkartengeneration das Ganze durchaus noch ein bisschen verbessern. Das wird aber natürlich erst ab 2025 der Fall sein. Insgesamt trotzdem ein, würde ich mal sagen, gutes Quartal für AMD, aber die Gaming-Sparte verliert ja auch immer mehr an Bedeutung. Was aber nicht heißt, dass AMD dem Gaming den Rücken kehren wird, denn weiterhin wird hier hart an euer Hard- und auch Software gearbeitet. Besonders in Sachen Software muss AMD aber noch einiges machen, um mit Nvidia mithalten zu können. Die Frame Generation ist hier glaube ich ein ganz gutes Beispiel, die zwar gut ist bei AMD, aber trotzdem noch nicht so ganz mit Nvidia mithalten kann. Und dann gibt es ja noch das treiberbasierte AFMF, das nur auf RAIDAN Grafikkarten ab der 6000er-Generation läuft. Aber noch Probleme mit der relativ hohen Latenz hat. Und ganz plötzlich, ohne jegliche Ankündigung, haut AMD nun einen raus und hat mal eben AMD's AFMF 2 präsentiert, das schon im aktuellsten Preview-Treiber eingebaut ist und ausprobiert werden kann. Und damit geht AMD das klare Hauptproblem von AFMF an, nämlich der zu hohen Latenz. Denn die zusätzlichen Frames, die sind halt künstlich. Und die Latenz bleibt halt auf dem ursprünglichen Niveau, womit die Spiele zwar dann oft flüssig aussehen, sich aber überhaupt nicht flüssig anfühlen. AMD verspricht daher niedrige Latenzen mit AFMF 2. Hier soll das Ganze dann stark auf Basis von nur interpolierten Frames verbessert werden. In Cyberpunk mit einer 7900XDX in UAD in Raytracing Ultra soll die Latenz dann um immerhin 28% niedriger ausfallen, wobei hier zusätzliche Infos leider noch fehlen. In Counter-Strike 2 soll das Ganze dann mit einer eGPU-Grafik, also der RADIAN 780M, immerhin für eine 12% niedrige Latenz sorgen. Weiterhin gibt es auch noch einen speziellen Modus für höhere Auflösung, der den sogenannten Fallback mit Aussetzern bei schnellen Bewegungen entgegenwirken soll. Und zu guter Letzt soll auch die eigentliche Bildqualität noch verbessert worden sein. Aber Achtung, das sind alles nur reine Informationen von AMD selbst. Für eine endgültige Einordnung muss man erstmal auf objektive, unabhängige Tests warten. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Nun sprechen wir aber endlich auch mal über reine Grafikkarten. Und nein, die NVIDIA RTX 5000 Generation findet in dieser News schon aber nur irgendwie indirekt Beachtung. Denn es geht um NVIDIAs aktuelle RTX 4000 Generation. Denn diese scheint so langsam Platz für den Nachfolger RTX 5000 mit Blackwell zu machen und soll laut diversen Meldungen aus Fanost nun in der Produktion reduziert werden. Und zwar um stattlicher 50%. Ja, da denken viele Medien und vor allem NVIDIA hasst er sicherlich zuerst an purer Geldgier, da mit einer Verknappung natürlich auch die Preise einsteigen werden. Nur hätte NVIDIA selbst davon relativ wenig, denn die Preise, die an NVIDIA selbst direkt gezahlt werden, davon ja erstmal gar nicht betroffen wären. Der Grund sind wohl einzig und allein die RTX 5000 Grafikkarten und die Produktion der Chips bei TSMC. Denn es ist ja bekannt, dass der weltgrößte Chipfertiger TSMC nur begrenzte Kapazitäten hat. Und die müssen für RTX 5000 natürlich nur irgendwie freigeschaufelt werden. Demnach müssen die Ada Lovelace Chips der aktuellen Generation erstmal so ein bisschen zurückgefahren werden. Was terminlich übrigens auch vollkommen Sinn ergibt. Denn natürlich sind auch einige Monate Vorlaufzeit für die Produktion der Chips und Grafikkarten nötig. Welche Grafikkarten wird das Ganze denn nun eigentlich betreffen? Genannt werden alle Karten ab der RTX 4070, bei der die Verfügbarkeit dann stark abnehmen soll. Und bei der 4070 ist das aber durchaus ein Problem, denn der Nachfolger der 4080 und 4090 wird ja direkt zum Start der RTX 5000 Generation erwartet. Die 5070 wird aber wohl erst später kommen. Wie Nvidia das handhaben möchte, das bleibt erstmal natürlich abzuwarten. Der Grund bei der 4070 soll aber auch ein ganz anderer sein, nämlich knapper GDDR6X-Speicher, wobei Meldungen dazu sich hauptsächlich auf den chinesischen Markt beziehen. Aber GDDR6X wird natürlich auch auf der RTX 4080 und 4090 verbaut, so dass dieses Thema zumindest auch noch ein zusätzlicher Auslöser sein könnte. Noch dazu sollen die Lager schlicht geleert werden, um halt genug Kapazitäten für RTX 5000 zu haben. Weiterhin soll die alte Generation dann nicht zum Schnäppchenpreis verkauft werden, wenn halt RTX 5000 schon am Markt ist. Ja, und ich würde mal sagen, das sind alles gute Gründe für einen Produktionseinschnitt, der sicherlich auch natürlich für steigende Preise sorgen könnte und wohl auch sorgen wird. Demnach sind RTX 4000 Grafikkarten aktuell also durchaus noch eine ziemlich gute Wahl, wie der neue, das Monty RTX 4090 PC ja aktuell ganz gut beweist, der hier vielleicht besser jetzt zuschlagen, denn ob und wann die Preise dann steigen könnten, ist natürlich noch nicht so ganz klar. Und die Glaubwürdigkeit dieser News ist sehr schwer einzuschätzen, da aber alles relativ nachvollziehbar klingt, schätze ich dieser als durchaus hoch ein. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und einige wundern sich vielleicht, wo bleiben News zu den aktuellen Intel-Problemen? Naja, es gab schlicht nichts Neues. Schlimm ist das ganze Thema aber natürlich weiterhin, besonders wie Intel selbst damit aktuell umgeht. Und ja, auch ich habe dazu beigetragen, dass das Thema aktuell ein bisschen hochkocht. Aber der Don, der den heutigen Kommentar geschrieben hat, der hat trotzdem recht. Ich finde es witzig, wie angeblich alle CPUs der 13. und 14. Generation betroffen seien, aber komischerweise sind es gar nicht so viele Fälle, bei denen die CPU wirklich hart abkarkt. Ich habe den 13.600K seit Januar 2023 und bisher wirklich keinerlei Probleme, ob ich ihn offen laufen lasse oder durch PL1 und PL2 begrenze. Ich habe keine Blue Screen, keine Spielabstürze, keine Temperaturprobleme, nichts dergleichen. Wenn ich manchmal lese, wie warm die CPU von manchen ist, wundert es mich überhaupt nicht, dass die CPU da Probleme verursacht. Ich habe jetzt übrigens nur einen Teil des Kommentars angesprochen. Den Rest lest euch bitte selbst durch. Das war nämlich einfach zu lang. Und ja, das Thema ist aktuell wirklich hochgekocht. Klar ist, dass da natürlich auch was dran ist. Denn auch wenn Intel das Thema, wie ich finde, ein bisschen falsch anpackt, Intel hat sich natürlich selbst zum Thema auch geäußert. Daher ist da natürlich was dran. Aber, und da hat der Don nun mal recht, wie viele problematische CPUs gibt es denn eigentlich? Ja, in meinen Kommentaren berichten viele von Problemen mit den CPUs, aber man muss hier natürlich auch eine gewisse Dunkelziffer mit einbrechen, denn bei nicht wenigen Fällen wird der Grund sicherlich am Ende ein ganz anderer sein. Sowohl mein 13900K als auch mein 14900K laufen und liefen bisher immer absolut problemlos. Auch wenn ich diese auch natürlich mit eher konservativen Settings am Laufen habe. Trotzdem Leute, macht euch bitte nicht mehr Sorgen als nötig. Wenn eure Intel CPU läuft, dann updatet einfach aufs neueste BIOS, sobald es draußen ist und zockt so weiter wie bisher. Ich denke mal, dass nur die wenigsten hier genannten CPUs wirklich Probleme bekommen und bekommen haben. Mein 13900K nutze ich jeden Tag 8 bis 10 teils noch mehr Stunden und er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Aktuell sind die Klickzahlen auf YouTube ja eher mau, würde ich sagen. Klar, mag das auch in der WD News zu der nächsten GPU-Generation liegen, aber auch bei den anderen Hardware-Youtubern lief es, würde ich sagen, schon mal ein bisschen besser. Liegt das eventuell an der Urlaubszeit? Dazu mal meine letzte Umfrage. Guckst du auch im Urlaub auf Reisen das Monty-Videos? Tja, die Urlaubszeit ist wohl mindestens mit ein Grund, denn nur 25% der Verreisten, die gucken genauso viel wie immer, mehr nicht. 23% gucken weniger als sonst und 8% nur, wenn sie wirklich nichts Besseres zu tun haben, halt wenn es zum Beispiel regnet. Und dann kommen noch die bösen 23% hinzu, die mich auf der Urlaubsreise gar nicht gucken. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie das in der Seele schmerzt? Nein, jetzt mal ganz im Ernst, der letzte, auf den ihr Rücksicht nehmen müsst, das bin auf jeden Fall ich. Genießt euren Urlaub und schaltet einfach mal wirklich von allem anderen ab. Und ich finde, im Urlaub hat YouTube auch überhaupt nichts zu suchen. Am besten das Handy einfach im Hotel lassen. Ja, außer ihr wollt natürlich Fotos machen. Auf Reisen? Auf Reisen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, so selten wie ich immer Urlaub mache. Denn jetzt mal ohne Spaß, mehr als 5 Tage im Jahr, freie Tage, gönne ich mir auch gar nicht. Die Wochenenden jetzt natürlich mal außen vor. Denn ja, YouTube hat auch seine Schattenseiten. 21% sehen das übrigens auch so und denken sich, auf Reisen? Was denn das? Aber, sobald ihr alle aus dem Urlaub wieder da seid, wird wieder fleißig geguckt. Ist das ein Deal? Super. Dann kann ich ja nun beruhigt das Video beenden und den Feierabend heute im Pool genießen. Zwar in Deutschland, aber ein wenig Urlaubsfeeling sei mir ja auch mal gegönnt. Wir sehen uns dann am Freitag um 17 Uhr mit den neuesten News wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.